Auf meiner Patreon-Seite gibt es eine Unterstützungsstufe, bei der ich den Patrons, die diese Stufe gewählt haben, als kleines Dankeschön sozusagen anbiete, dass ich ihre Fragen, die sie zu mir, meinem Leben, meinem Tinnitus, meiner DR oder was auch immer haben, dass ich ihnen diese Fragen in einem Video beantworte, dass ich da noch auf meinem Kanal veröffentliche. Und einer meiner Unterstützer, der diese Stufe gewählt hat, hat mir hier ein paar Fragen gestellt. Ich glaube, zwei Fragen an der Zahl oder er beschreibt hier eine Situation und möchte mal so meine Erfahrungen dazu wissen. Und deswegen kommen jetzt deine, du weißt, wer du bist, Fragen hier im Video und die Antworten dazu. Er schreibt, achso, vorneweg sollte ich noch sagen, es geht um das Thema Tinnitus bei ihm. So, jetzt aber. Folgende Situation. Wenn ich oft stundenlang in der Badewanne liege, passiert Folgendes. Im Bad haben wir eine Wanduhr, die relativ laut ist. Wenn man hinhört, kommt es einem laut vor. Manchmal nach ein bis zwei Stunden in der Wanne, das ist echt lang, komme ich raus und merke, dass ich zwei Stunden das Ticken nicht wahrgenommen habe. Ist ja auch nicht gefährlich und ich bewerte es nicht. Der Gedanke, den ich jetzt habe, kann das Gehirn ein externes Geräusch leichter ausblenden, also das Ticken als ein Piepen, welches im Gehirn erzeugt wird. Also er fragt sich quasi, ob das Geräusch leichter von der Hörverarbeitung ausblendbar ist, weil es von außen kommt und nicht von innen sozusagen. Und ihr wisst ja, ich kann immer nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich kann jetzt nichts Medizinisches dazu sagen oder sowas oder irgendwelche Tatsachen, irgendwelche medizinischen Tatsachen hier erzählen oder sowas. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es mir leichter viel oder generell leichter fällt, externe Geräusche auszublenden, weil ich ja jederzeit die Möglichkeit habe, wegzugehen. Also wenn mich jetzt das Ticken einer Uhr oder der Straßenlärm vorm offenen Fenster oder sowas stört, dann kann ich das Fenster zumachen, kann aus dem Raum rausgehen, kann wegfahren, wenn eine Baustelle ist. Ich kann mich quasi entscheiden, jederzeit dieses Geräusch nicht mehr zu hören. Und das war für mich ein großer Unterschied. Denn bei dem Pfeifen im Ohr hatte ich keine, in dem Moment zumindest, keine Wahl, das einfach davor wegzurennen oder davor wegzugehen oder einfach einen Raum zu wechseln oder mir das nicht mehr anzuhören. Und allein diese Möglichkeit ist für mich natürlich eine gewisse innere Ruhe. Also ich habe ja die Beruhigung, okay, ich kann jederzeit gehen. Ich habe die Option. Hier fehlte mir die Option im Ohr bzw. im Kopf, je nachdem, wo der Tinnitus wahrnehmbar war. Also je nachdem, welches meiner Geräusche das war. Einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg oder schalte das ab. Und da hat es quasi völlig gefehlt, dass ich mich beruhigen konnte. Deswegen, ich bewerte dieses Geräusch von außerhalb natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich mich jederzeit entscheiden kann, das nicht mehr zu hören, auch anders als das Geräusch, was intern entsteht. Es ist, ich bewerte es quasi viel weniger als eine Bedrohung, als eine Gefahr, als dieses Geräusch, vor dem ich nicht einfach abhauen kann. Und ich denke, dass einfach diese fehlende Option, diese fehlende Option, das jetzt einfach mal wegzumachen, weil es mich gerade nervt, dass die bei dem Tinnitus bei mir immens dafür gesorgt hat, dass der mich aufregt und dass der mich stört und dass ich im Grunde in diese Spirale reinkomme. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so relevant ist, ob das von außen oder innen kommt, das Geräusch. Ich glaube, bei mir ging es wirklich sehr darum, dass ich die Wahl habe und eine Option habe. Wenn ich jetzt irgendwo hier festgebunden wäre und hier wäre eine Baustelle vor meiner Tür, dann wäre das wahrscheinlich auch sehr unschön für mich. Diese Bewertung vor allem, okay, das Ticken, man gewöhnt sich einfach dran. Das ist wie bei Leuten, die, also ich kenne Personen, die wohnen an Schnellstraßen oder wir haben hier eine große Autobahn in der Nähe, die wohnen dort in der Nähe. Die haben sich auch daran gewöhnt. Also es hat auch ein gewisser Gewöhnungsprozess stattgefunden und sie kennen dieses Geräusch. Und wenn ich denen sage, Mensch, die Autobahn oder die Straße ist so laut, dann müssen die erst mal horchen, ich höre überhaupt nichts. Ich höre, was für eine Autobahn? Also ich höre die gar nicht mehr. Und das ist für die keine Floskel, dass die sagen, ich höre die nicht mehr. Die hören die tatsächlich nicht mehr. Das ist quasi ein bekanntes Geräusch. Das ist, ihnen vertraut das Geräusch. Es ist nichts, was irgendwie eine plötzliche Bedrohung für sie darstellt oder eine plötzliche Gefahr oder sowas. Oder etwas Unbekanntes, was sie nicht einschätzen können, sondern es ist ein ganz normales, bekanntes Geräusch, was völlig vertraut und normal für diejenigen ist. Und deswegen hören sie es nicht. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich früher, ich kann mich erinnern, wenn ich bei meiner Oma war, die hatten auch eine ziemlich laute Uhr. Die hat sich immer gedreht mit so einem komischen Drehpendel oder sowas und hat irgendwie so ein Geräusch dabei gemacht. Ich fand das wahnsinnig anstrengend. Ich konnte dabei nicht einschlafen. Aber jeder, der diese Uhr dort kannte, konnte ohne Probleme schlafen. Also es ist vermutlich auch einfach so eine Gewöhnungsfrage. Für mich war es definitiv auch so eine Gewöhnungssache, wenn ich in meiner Wohnung hier bestimmte Geräusche wahrnehme, die mich überhaupt nicht stören. Und wenn jemand, der noch nie hier geschlafen hat oder noch nie hier in der Nacht war, plötzlich diese Geräusche wahrnimmt, dann sagen die, die sitzen mit solchen Augen manchmal hier in der Wohnung oder liegen mit solchen Augen irgendwie im Bett und wissen gar nicht, was sind denn das für Geräusche. Weil es gibt echt spooky Geräusche hier in der Wohnung, das muss ich sagen. Also ich denke, dass es, also bei mir sind es auf jeden Fall solche Dinge gewesen, die da zusammengekommen sind und vielleicht sind das ja bei dir auch so eine Sache. Vielleicht macht das ja Sinn, auch für deine Situation, was ich da gerade erzählt habe. Und er hat hier noch einen Gedanken und schreibt, mein Hörvermögen in den hohen Bereichen ist nicht mehr so gut mit gefühlt 10 Os. Und glaubst du, wenn sowas mit der Grund ist, dass man den Tinnitus trotzdem lernen kann zu überhören? Danke dir und nochmal einen schönen Resttag. Ich kann ja wieder nur aus eigener Erfahrung sprechen und sagen, mein Gehör ist jetzt nicht so dolle kaputt. Mir fehlen aber in vielen Bereichen, vor allem in den hohen Mitten und Höhen, fehlen mir auch schon ein paar Dezibel. Was daran liegt, dass ich schon durch mein Leben, ich habe das ja auch schon in anderen Videos mal beschrieben, als Musiker halt sehr oft in lauten Proberäumen stand, auf lauten Bühnen stand und dadurch auch schon mir ein paar Frequenzen fehlen. Ich bin jetzt nicht schwerhörig oder sowas, aber es fehlt einfach schon ein bisschen was. Und ich habe da auch so eine Senke zum Beispiel, in der auch mal ein Tinnitus war. Ich hatte quasi einen lärminduzierten Tinnitus, das ist schon viele, viele Jahre her, ich glaube fast 20 Jahre inzwischen, nach einem sehr lauten Konzert auf einem sehr lauten Festival, auf dem ich gespielt habe mit meiner damaligen New Metal Band. Und ich hatte sehr lange, also für meine Empfinden sehr lange, es waren mehrere Jahre damals, auch ein Tinnitus, der im Grunde durch Lärm entstanden ist. Und also durch den Hörverlust, nicht durch den Lärm, sondern durch den Hörverlust, der durch den Lärm entstanden ist im Grunde. So hat mir das damals der Arzt erklärt. Und so wie ich das bis jetzt auch verstanden habe und nachgelesen habe, ist das auch so, dass in diesen Bereichen da quasi der Tinnitus entstehen kann, wo ein Hörverlust entsteht. Weil da im Grunde das Signal fehlt, was an Frequenzen nicht mehr durchkommt und der Kopf dann versucht oder die Hörverarbeitung versucht sozusagen das auszugleichen und so eine Art Phantomgeräusch erzeugt. Das habe ich mir jetzt nicht irgendwie aus den Fingern gezogen, sondern das könnt ihr auch in vielen anderen, von vielen Ärzten euch so erklären lassen. Also das hat mir auch mein HNO so erklärt. Und auch dieser Tinnitus ist bei mir damals wieder verschwunden. Das Problem am Anfang war dabei, dass dieser Tinnitus durch den Hörverlust ja plötzlich aufgetaucht ist. Und deswegen nichts war, was langsam entstanden ist und wo mein Kopf im Grunde lernen konnte, das wieder zu überhören, weil es unwichtig ist. Sondern es war ein plötzliches Ereignis, wo mein Kopf mir im Grunde signalisiert hat, damals, als ich noch schlecht damit umgegangen bin, oh, da ist was passiert, da musst du jetzt mal aufmerksam sein, vielleicht ist da irgendwas kaputt, vielleicht müssen wir da irgendwas machen. Und das war relativ ungünstig. Und dadurch, dass das so schnell passiert ist und im Grunde wie eine Art Gefahr für mich dargestellt hat, etwas Bedrohliches, erst mal was Schlimmes, was passiert ist, dadurch ist es halt sehr an die Aufmerksamkeit gekommen und ich habe das sehr immens beobachtet. Ich habe mich aber dann im Laufe der Jahre mehr oder weniger daran gewöhnt. Und es gab immer mehr Situationen, wo das nicht so schlimm war für mich. Und je länger das war und je mehr ich mich daran gewöhnt habe und je lockerer und entspannter ich damit umgegangen bin, je weniger Angst ich davor hatte, je weniger Sorgen ich mir gemacht habe, desto mehr habe ich das ausgeblendet, wie eine Uhr zum Beispiel oder wie diese Geräusche in meiner Wohnung oder irgendwelche anderen Geräusche, die alltäglich sind und mir keine Sorgen mehr machen und wo ich mir keine Gedanken mache. Also quasi wie in dem ersten Teil in der anderen Frage beantwortet. Mir hat dann mein HNO, und ich muss sagen, das ist ein recht guter HNO, der hat mir dann irgendwann erklärt, dass dieser Tinnitus nicht weg ist, sondern dass dieser Tinnitus immer noch da ist und dass ich ihn nur nicht mehr wahrnehmen kann, weil mein Kopf gelernt hat, ihn auszublenden. Er meint, ein Tinnitus durch einen Hörschaden bleibt quasi im Grunde da, weil der Hörschaden da ist. Unser Kopf lernt nur, diesen Tinnitus nicht mehr zu hören. So hat er mir das damals in Bezug auf meinen lärminduzierten Tinnitus erzählt. Und ich kann mich jetzt inzwischen hinsetzen und kann versuchen, den zu finden. Und je mehr, je sehr, so sehr ich mich auch anstrenge, ich höre diesen Tinnitus nicht mehr. Auch nicht mehr meine ganzen anderen Ohrgeräusche. Es ist einfach nicht mehr möglich, den wahrzunehmen für mich. Und deswegen kann ich die Frage mit, glaubst du, wenn sowas der Grund ist, also sprich das fehlende Hörvermögen an irgendeiner Stelle, dass man den trotzdem lernen kann, den Tinnitus zu überhören. Laut meiner Erfahrung, für mich hat es funktioniert. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt eine allgemeingültige Sache ist. Für mich hat das funktioniert und ich kann diesen Tinnitus nicht mehr wahrnehmen. Falls auch ihr das mal wollt, falls ihr vielleicht schon zu meinen Patreon-Unterstützern gehört und ihr mal Fragen habt, die ihr in einem Video beantwortet haben wollt, dann gibt es die passende Stufe dazu. Und das würde ich dann auch so machen, wie jetzt hier in dem Video. Und ich hoffe, ich habe deine Fragen beantwortet. Und wünsche dir und den anderen noch einen schönen Tag. Macht's gut.